Seit dem 10. Mai 2017 ist der südkoreanische Politiker der sozialliberalen Min-Yu-Partei und Menschenrechtsanwalt Moon Jae-in der zwölfte Präsident Südkoreas. Der Wahlsieg Moons könnte nun eine Kursänderung Südkoreas gegenüber Nordkorea zur Folge und zudem gravierende Auswirkungen auf das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten haben, so berichtete zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ. Moon befürworte einen Dialog mit Pyongyang, der Regierung Nordkoreas. Zuvor waren die südkoreanischen Regierungen über Jahre hinweg den Forderungen Washingtons gefolgt. Das Resultat war der Abbruch jeglicher Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen Süd- und Nordkoreas. Schon im Wahlkampf kündigte Moon an, den gemeinsamen Industriepark im Grenzgebiet zwischen dem Norden und dem Süden womöglich wieder zu öffnen. Auch kritisierte er US-Präsident Donald Trump dafür, dass dieser Seoul, damit ist die Regierung Südkoreas gemeint, in der Krise um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm nicht mit einbezogen hatte. Außerdem hatte Moon die überhastete Stationierung des Raketenabwehrsystems THED in Südkorea durch die USA immer wieder kritisiert, die gerade noch vor der Wahl Ende April vollzogen wurde. Raketenabwehrsysteme können sehr wohl auch für Offensivschläge mit Nuklearwaffen genutzt werden, wie Klagemauer TV in der Sendung vom 11. Juli 2016 berichtete. Die Stationierung sorgte für erhebliche Proteste in der Bevölkerung und für verärgerte Reaktionen der chinesischen Regierung. Die Forderung der US-Regierung Südkorea, solle für die Stationierung eine Milliarde US-Dollar zahlen, sorgte im Wahlkampf quer durch alle Lager für Empörung. Der neue Präsident erklärte sogleich nach seiner Wahl Folgendes. Die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea werde er als Plattform nutzen, um den Nord-Süd-Dialog wieder aufzunehmen. Sogar Nordkorea hatte im Vorfeld der Wahlen die südkoreanischen Bürger gebeten, ihre Stimme nicht den Konservativen zu geben und einen linksliberalen Kandidaten im Interesse eines gemeinsamen Friedens zu wählen. Im Gegensatz dazu hatten US-Regierungen Friedensangebote mit Nordkorea bislang immer wieder ausgeschlagen, wie Klagemauer TV in mehreren Sendungen berichtete. Die US-Strategen sind bisher offensichtlich nicht an einem Frieden mit Nordkorea interessiert. Bietet doch der ständig zu eskalieren drohende Koreakonflikt einen willkommenen Vorwand, um die US-Vorherrschaft in der Region zu sichern, mit ihren Militärbasen, zehntausenden in Südkorea stationierten Soldaten, Flugzeugträgern, U-Booten, die Atomwaffen tragen können und so weiter. Auch wenn oder gerade weil nun der neue südkoreanische Präsident Moon Jae-in einen Hoffnungsschimmer im Koreakonflikt erwecken mag, so sind doch auch erhebliche Probleme mit der US-Führung vorprogrammiert. Dies bekam auch schon Romo Jun zu spüren, der in den Jahren 2003 bis 2008 Präsident Südkoreas war. Seine linksliberale Regierung verfolgte eine sogenannte Sonnenscheinpolitik gegenüber Nordkorea, bei der die Annäherung gesucht wurde. Am 23. Mai 2009 soll er sich auf einer Bergwanderung in den Tod gestürzt haben. Seinem Abschiedsbrief zufolge zog Romo Jun damit angeblich die Konsequenzen aus einem gegen ihn laufenden Bestechungsverfahren, dessen Vorwürfe er jedoch stets bestritt. Auch viele andere Staatsoberhäupter, die eine größere Unabhängigkeit von den USA wollten, wie es der neue Präsident Moon Jae-in befürwortet, waren massiven Problemen ausgesetzt. Dies führte oft zu ihrer Absetzung, wie in Brasilien unter Dilma Rousseff oder sogar zu ihrem Tod, wie im Irak unter Saddam Hussein oder in Libyen unter Muammar al-Gaddafi. Andere Länder wie Syrien, Venezuela, aber auch der Iran oder Jemen haben bis heute noch mit massivsten Problemen zu kämpfen, weil sie unabhängiger von den USA sein wollen. Deshalb gilt es aktuell, auch im Korea-Konflikt, der USA-Politik genauestens auf die Finger zu schauen und darauf zu achten, wer genau es ist, der möglicherweise jeden Hoffnungsschimmer auf Frieden mit Nordkorea zunichte machen wird. Gerätman